Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Die E-Lok bleibt abgebügelt am Zug. 218er des BW Hagen-Ecke-Sei haben die Umleiterleistungen übernommen. Dabei sind auch Maschinen, die noch die Citybahn-Farbgebung von 1984 tragen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Der Hauptbahnhof Paderborn im Jahr 2015. Wie es der Zufall will, regnet es wieder. Einfahrt hat ein Talent der Nordwestbahn aus Holzminden über Altenbegen. Er hat hier Endstation. Ein Zug der Westfalenbahn nach Herford wird bereitgestellt. Es ist die RB72, die hier in Paderborn ihren Ausgangspunkt hat. Einfahrt hat ein Talent der Nordwestbahn. Der Bahnhof Porta Westfalica an der Strecke Mindenham. Das Durchbruchstal der von Süden kommenden Weser hat der Stadt den Namen gegeben. Ein Regionalexpress nach Düsseldorf rollt ein. Markant ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das auf dem Wittekindsberg in Sichtweite des Bahnhofs steht. Der Bahnhof liegt direkt an der Weser, die Richtung Süden bei Bad Oeynhausen überquert wird. Weiter südlich liegt die Stadt Löhne. Vor dem Bahnhof soll dieser 44er Radsatz an die Dampfzeit erinnern. Löhne ist ein wichtiger Bahnknoten in der Region. Kreuzungspunkt der Strecken nach Osnabrück, Mindenham und nach Hameln. Auch zwischen Hameln und Löhne sind Talent der Nordwestbahn unterwegs. 53 Kilometer sind es von Löhne nach Hameln. In der Mitte liegt Rintel Nord. Vor dem Empfangsgebäude steht dieser Radsatz von 01 1055. Im Stundentakt sind die Züge der Nordwestbahn unterwegs. Die RB 77 fährt zwischen Bünde und Hildesheim. Säkv neces ist die Züge der Nordwestbahn unterwegs. Die Biden hat die Züge der Nordwestbahn und spraología überprüft. Untertitelung des ZDF, 2020